Musik Katastrophen Katastrophen Desteni Där Katastrophen Okay, come on. Yes. No? Welcome. Thank you, thank you. And you see she has two brown and a blue one. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So gut. Ich muss ihn leider durchs Bild rennen. Das ist gewollt. Ja, genau. Bitteschön. Hier genauso wie anderswo auch, nur ausgeprägt haben. Der Winter ist natürlich etwas länger und er geht aber die fahren dann ohne mich weg. Dann ist der Wagen weg. Mit Quad-Bikes ist das ein bisschen anders. Die 14 Hunde sind dann teilweise für die Langstreckenrennen. Das ist Sto. Das klappt immer gut mit Bremse. Ich muss dann abbremsen und wenn ich dann schon mal Sto sage, dann hören die das, erst merken die Bremse und dann... Die kommen oft dann hier so hoch, das ist total süß, dürfen die aber nicht. Wenn die so hochkommen, dann bittet die Hunde höflich nach unten. So, boing. Dann sind die hier unten auch total happy. Dann kann man hier unten Hallo sagen, kann die Schuppeln so. Hier auf dem Gelände, so wie alle anderen auch. Wir wachen hier morgens mit den Tieren zusammen auf und gehen abends. Dann sind die aber auch wieder froh, wenn man sie in Ruhe lässt. So, das ist einfach ein Schwein. So, gut. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. So, jetzt verabschiede ich mich, aber wir gehen auf. So, jetzt verabschiede ich mich, aber wir gehen auf.